Ich bin nicht dran. Ich! Ick! Schuhen! Der Kursleiter von Eingrich. Etwas! Nein! M-Ali! 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 No, das ist ja noch nicht, was ich gemacht habe, das ist ja noch nicht nicht gleich. M-Ali! 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 30 Sekunden. Ein völliger Versuch für Andy Ferber und eine neue Einstellung der persönlichen Bestbeistung. Also er ist an seiner Maximallast angekommen, 133 Kilogramm. Also er ist topfit heute, ziemlich gespannt auf das Bike-Arme gestoßen.